Interessieren ihn im Moment eher weniger. Wichtiger sind zur Zeit noch seine Freunde, mit denen er sich regelmäßig im Internet-Café trifft. Bodenständig ist er geblieben, sagen sie hier. Aber könnten ganz schön lange werden. Sonst ist es so langweilig, wenn es hier ist, ohne Musik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal.